Hallo, was ist die Regel 184 im Bereich der Modellierung und Simulation? Das ist eine Bewegungsregel für einen zellulären Automat. Zellulärer Automat? Das war dieses Ding hier, also ein Automat bestehend aus Feldern. Man kann immer nur auf einem Feld sein, man kann nicht zwischen zwei Felder sein. Aber wem das nichts sagt, einfach Video zum Thema gucken. Für dieses Video sind das hier unsere Zellen. Und wir wollen zum Beispiel den Verkehrsfluss darstellen und schreiben jetzt in unsere Zellen rein, wo gerade Autos, also das ist eine Straße und wo Autos auf dieser Straße momentan am Fahren sind. Hier fahren zum Beispiel zwei Autos oder hier stehen zwei Autos hintereinander. Hier stehen keine Autos, deswegen Nullen. Hier steht auch kein Auto und hier stehen vielleicht noch zwei Autos. Hier steht kein Auto. So, wie sieht jetzt die Bewegungsregel aus? Achtung, das hier ist die Bewegungsregel, so steht sie auf Wikipedia. Was sagt uns das? Diese Zahlen hier oben geben uns das Muster vor. Das ist die, die mittlere Zahl ist die aktuelle Zelle, die wir uns gerade angucken. Die linke Zahl ist die, ich mache mal ein V für die vorige Zelle und die rechte Zahl ist ein N für die nächste Zelle, die wir uns angucken. Und das hier ist der Wert, den die aktuelle Zelle dann erhalten wird. Und wir gucken uns das jetzt mal am Beispiel an. Wir haben zum Beispiel 110 hier. Wir gucken uns diese Zelle erstmal an, weil es einfacher ist. Dann ist die vorige Zelle 1, die nachfolgende Zelle 0. Wir gucken einfach, wo ist das hier? Ah, das ist das hier. Also wird die aktuelle Zelle 0. So, weil wir dieses hier angewendet haben. So, dann gucken wir uns das nächste an. Dann gucken wir uns den hier an. Das 100, gucken wir uns. 100 wird also zu 1. So, als nächstes haben wir diese, gucken wir uns an. 000, das ist der hier. Wir bekommen also eine 0 raus. Und das machen wir so weiter. Und dann kommen wir irgendwann hier hin. Entschuldigung, irgendwann hier hin. Und dann haben wir keine nächste Zelle mehr. Aber die nächste Zelle ist einfach die vorige, die allererste Zelle hier. Wir gucken also diese an und sagen 1, 0, 1. Und dann müssen wir uns das hier nehmen. 1, 0, 1. Und dann wird das hier 1. Und genau dasselbe Spiel passiert auch hier. Wir gucken uns das Ding hier an. Die vorige Zelle ist die 0. Und die nachfolgende Zelle ist die 1. Wir haben also 0, 1, 1. Das ist der hier. Also kommt hier eine 1 rein. Und dann wissen wir, wie unser Spielfeld nicht jetzt einfach mal oder unsere Straße in der nächsten Zeiteinheit aussieht. Das hier war die Zeiteinheit 0. Jetzt sind wir bei der Zeiteinheit 1. Wir haben keine Zeiteinheit dazwischen. Von 0 auf 1. Und genau so machen wir das jetzt einfach weiter. Und wir folgen einfach diesen Regeln. Wir folgen einfach diesen Regeln. Und so wird sich das dann irgendwie. Diese Einsen oder diese Autos werden sich dann irgendwie bewegen. Aber was haben wir hier simuliert? Was ist hier passiert? Vielleicht nur damit klar wird. Wir haben hier eine 1. Die hat sich nach rechts bewegt. Und wir haben hier eine 1. Die hat sich nach rechts bewegt. Die hat sich deswegen nach rechts bewegt, weil davor eine 0 war. Weil davor eine 0 war. Das heißt, um das Beispiel jetzt bei den Autos zu lassen. Wenn ein Auto ein Auto vor sich hat, dann kann es nicht fahren. Wenn ein Auto eine freie Stelle vor sich hat, dann kann es fahren. Deswegen konnte dieses Auto hier fahren und dieses Auto hier fahren. Aber dieses Auto konnte nicht fahren. Das heißt, es blieb stehen. Aber wir wissen jetzt außerdem auch, dass in der nächsten Runde, also zur Zeiteinheit 2, würde dieses dann fahren. Dieses Auto hier könnte nicht fahren, weil hier ein Auto steht. Das heißt, das würde stehen bleiben. Dieses Auto könnte fahren, weil davor kein Auto steht. Und dieses Auto könnte auch fahren, weil davor kein Auto steht. Das ist, was hier, ich sag mal, auf semantischer Ebene passiert. Wir wollen außerdem festhalten, dass es immer nur ein Auto oder ein, was auch immer die 1 darstellt, eine 1 kann immer nur um ein Feld wandern. Also die 1 kann nicht um zwei Felder wandern, bei der Regel 1, 8, 4, sondern immer nur um ein Feld wandern. Und sie hat auch keine Beschleunigung, sondern sie ist immer direkt auf Fullspeed. Das heißt, eine 1 bewegt sich entweder mit der Geschwindigkeit 1 nach vorne oder gar nicht mit der Geschwindigkeit 0. Wer jetzt sagt, das ist ja blöd, 1 und 0 als Geschwindigkeit, wer will sowas denn? Der kann sich das Fukui-Ishibashi-Modell angucken. Das ist im Grunde genau dasselbe, nur dass man unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Und wer jetzt noch sagt, naja, das ist ja blöd, ich will auch noch eine Beschleunigung drin haben, der kann sich das Nagelschreckenberg-Modell angucken. So, das soll es aber gewesen sein. Oh, eine Sache noch vergessen. Warum heißt das Ding Regel 1, 8, 4? Weil wenn man das hier als Binärzahl interpretiert und dann in Dezimal umrechnet, dann kommt daraus 184.